Forscher untersuchten die Beziehung zwischen der Computernutzung und der Schlafdauer. Die Teilnehmer an der Studie wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Computernutzung jedes Teilnehmers wurde klassifiziert als gelegentlich, moderat oder intensiv. Die unten stehende Tabelle mit den relativen Häufigkeiten fasst die Ergebnisse dieser Studie zusammen. In der Studie gab es 17 Personen, die moderate Computernutzer waren und täglich zwischen 5 und 7 Stunden lang schliefen. Dann schauen wir uns erstmal die Tabelle an und hier ist sie schon. Nicht erschrecken, es sind recht viele Zahlen, aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Also was haben wir hier? Wir haben einmal die Computernutzung, die ist unterteilt in gelegentlich, moderat und intensiv. Und dann gibt es auch so eine Gesamtkategorie. Und dann haben wir noch einmal, wie viele Stunden Schlaf die Leute pro Nacht kriegen. Das sind dann 5 Stunden oder weniger, 5 bis 7 oder 7 oder mehr und auch hier noch so eine Gesamtzeile. Und ich habe das auch mal in mein Zeichenpad hier reingekopiert, weil, uch, das ist ein etwas großer, großer, großer Stift hier gerade. So, schon besser. Was uns gesagt wurde ist, dass es 17 Leute gibt. Es gibt 17 Personen, die moderate Computernutzer und täglich zwischen 5 und 7 Stunden lang schliefen. Das heißt, wir haben hier einmal, welches ist eine schöne Farbe, wir nehmen mal blau, moderate Computernutzer und 5 bis 7 Stunden schlafen. Das heißt, es ist diese, diese Zahlen, das sind 17 Personen. Das sind 17 Personen. Und wir haben hier aber nur Prozentzahlen angegeben. Also es sind, diese 17 Personen sind 34,3% von der Zeile, also von allen moderaten Computernutzern. Gleichzeitig sind es 30% von der Spalte, also 30% von allen Personen, die 5 bis 7 Stunden lang schliefen. Und es sind 10% von unserer gesamten Studie, also von den Leuten, die überhaupt teilgenommen haben. Und die Frage, die uns jetzt gestellt wird, ist, wie viele Personen in dieser Studie waren intensive Computernutzer und bekamen täglich 5 bis 7 Stunden Schlaf? Runde, deshalb geben wir uns auf die nächste ganze Zahl. Also intensive Computernutzer und 5 bis 7 Stunden Schlaf. Dann gucken wir mal. Intensive Computernutzer und 5 bis 7 Stunden Schlaf. Das heißt, wir sind in dieser Kategorie hier. Und jetzt ist die Frage, wir haben hier keine absoluten Zahlen stehen, sondern wir wissen nur, dass in dieser Kategorie 17 Leute waren. Und jetzt ist die Frage, wie viele Personen sind in dieser Kategorie? Wie hoch ist hier die Personenanzahl? Personen. Und wie können wir das rauskriegen? Naja, wir gehen nochmal zurück in diese Kategorie hier. Und was wir hier wissen ist, von der gesamten Zeile her sind das 34,3% dieser 17 Personen. Bringt uns jetzt recht wenig. Das hat irgendwie nichts mit den Intensiven hier zu tun. Von der Spalte sind es schon mal 30% dieser 17 Personen. Das heißt, hier könnten wir anfangen zu rechnen. Oder wir nehmen gleich die ganzen, die gesamten. Also es sind 10% aller Studienteilnehmer sind 17 Personen. Das ist recht einfach zu rechnen. Also können wir das mal benutzen. 10% von den gesamten Personen. Ich schreibe mal hier hin, Gesamt. Entsprechend eben 17 Personen. Das heißt, wenn wir jetzt mal beide Seiten hier durch 10% teilen, hätten wir hier stehen, dass Gesamt gleich 17 durch 10%. Und 10% kann man ja auch einfach umschreiben in 0,1. Also 17 durch 0,1. Und ihr habt es vielleicht schon geahnt, das sind dann 170 Leute insgesamt in dieser Studie. Und jetzt können wir einfach zurückrechnen. 11,7% sind in dieser Gruppe, die uns interessiert. Und deswegen nehmen wir jetzt mal einen Taschenrechner zur Hand. Den kann man sich hier einschalten. Taschenrechner. So, wir haben 170 Personen insgesamt. Und wir wollen jetzt 0,117. Also, oh, 1,1 ist einer, eins zu viel. 1,1,7, also 11,7%. Das sind 19,89 Personen. Das heißt, wenn wir das jetzt runden, können wir das hier oben eintragen. 19,89, das sind 20. Und die Aufgabe hätten wir schon mal erledigt. Und die nächste Frage ist jetzt, zeigt die Tabelle einen Zusammenhang zwischen gelegentlicher Computernutzung und sieben oder mehr Stunden täglichem Schlaf? Dafür schauen wir uns die Tabelle einfach direkt mal an. Was sehen wir hier? Wir können ja mal versuchen, ob wir generellen Zusammenhänge kennen können zwischen diesen beiden Variablen. Also zwischen der Computernutzung und zwischen dem Schlaf pro Nacht. Und wenn wir jetzt mal hier diese erste Zeile angucken, dann interessieren uns mal die Zeilenprozente. Da würden wir jetzt sehen, von den Leuten, die gelegentlich den Computer benutzen, kriegen 16,3% recht wenig Schlaf, also 5 oder weniger. 32 bekommen 5 bis 7 und 51 bekommen 7 oder mehr Stunden Schlaf. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den anderen Kategorien, bei den moderaten Nutzern sind es schon nur noch 28%, die sieben oder mehr Stunden kriegen, 34, die 5 bis 7 Stunden kriegen und es sind ganze 37, die 5 oder weniger Stunden Schlaf kriegen. Und bei den intensiven ist es noch ein bisschen krasser. Da sind es fast 50%, also 47,6, die 5 oder weniger Stunden schlafen, 33%, die 5 bis 7 Stunden schlafen und 19,1% die 7 oder mehr schlafen. Also es verschiebt sich ganz eindeutig in Richtung weniger Schlaf hier. Und wir können das auch noch andersrum angucken, wir können das auch noch über die Spalten jetzt versuchen. Wir können uns mal diese Spalte hier angucken, sieben oder mehr Stunden Schlaf. Dann interessieren uns die Spaltenprozente, dann sehen wir bei den gelegentlichen, ich nehme jetzt doch mal eine Farbe dazu, bei den gelegentlichen haben wir hier 55% aller Leute, die sieben oder mehr Stunden schlafen, fallen in die Kategorie gelegentliche Nutzer. Und das, obwohl in der Gesamtspalte nur 35,8% unserer Leute überhaupt dieser Kategorie angehören. Also haben wir hier überproportional viele Leute in dieser Kategorie drin. Und jetzt können wir uns mal die Antworten wieder angucken. Die erste Antwort, ja, das ist schon mal gut, ja glaube ich auch. Ja, denn 35,1% der Leute sind extreme Computernutzer und 29,1% der Personen sind moderate Computernutzer. Naja, das geht ja jetzt irgendwie gar nicht auf den Schlaf ein, das geht gar nicht auf den Zusammenhang ein, sondern nur auf die eine Variable, nämlich die Computernutzung. Das bringt uns irgendwie nicht weiter. Dann haben wir hier noch, ja, denn 51,1% gelegentliche Computernutzer erhalten sieben oder mehr Stunden Schlaf und nur 33,3% aller Computernutzer erhalten sieben oder mehr Stunden Schlaf. Das ist genau das, was ich, nein, das ist nicht das, was ich gerade meinte. Jetzt wird nämlich verglichen, diese Verteilung, die wir hier oben haben, wird jetzt verglichen mit der Verteilung über das Gesamte, sprich das hier über alle Leute. Also wie viele Leute gibt es generell, wie ist das Schlafverhalten der Leute generell, das steht hier unten. Und wie ist das Schlafverhalten in dieser einen Gruppe hier, in der gelegentlich Gruppe. Und da sehen wir sieben oder mehr Stunden Schlaf in dieser gelegentlich Gruppe ist besonders, es ist sehr viel mehr als der, sehr viel häufiger als in den gesamten Gruppen zusammen. Das heißt, wir sehen hier diesen Zusammenhang auch wieder und wir können das ankreuzen. Nein, das ist schon mal komisch, weil ich glaube, es ist ja, aber, denn die Spaltensummen der Prozente sind alle gleich. Das ist damit gemeint, die Spaltensummen der Prozente sind alle gleich. Ja, Spaltensumme, das ist genau das hier unten in grün. Das ist der Schnitt über die gesamte Bevölkerung und das ist komplett unabhängig davon, wie viel Computer genutzt wird. Das ist einfach nur über alle Personen hinweg. Also können wir hier auch nicht von einem Zusammenhang reden, weil wir wieder nur eine Sache betrachten. Das ist also nicht nicht gut. Dann haben wir noch Nein, denn der Anteil der intensiven Computernutzer, die fünf bis sieben Stunden schlafen, ist derselbe wie der der moderaten Computernutzer, die fünf bis sieben Stunden schlafen. Das kann gut sein, allerdings sind wir dazwischen interessiert, ob die gelegentlichen Computernutzer zu oft oder zu selten sieben oder mehr Stunden schlafen. Das heißt, das ist gar nicht mehr im Rahmen unserer Fragestellung, was hier gefragt wird. Dann haben wir, kann natürlich trotzdem wahr sein, das kann ich nicht in Frage stellen. Ja, denn 55% der Menschen, die täglich sieben oder mehr Stunden schlafen, sind gelegentliche Computernutzer. Und nur 35,8% aller Menschen sind gelegentliche Computernutzer. Genau, das hatten wir gerade auch schon gesagt. Wir haben hier, obwohl nur 35,8% zu den gelegentlichen Computernutzern zählen, sind es in der Gruppe der Personen, die sieben oder mehr Stunden schlafen, ganze 55%. Das heißt, wir haben hier mehr Personen, als wir erwarten würden, wenn es keinen Einfluss hätte. Und das ist eben auch dieser Zusammenhang, den wir gerade schon besprochen haben, deswegen kreuzen wir das mal an. Dann sind wir durch und klicken noch einmal auf Prüfen. Und es hat funktioniert. Und das ist eben nicht so, wie es geht. Und das ist auch nicht so, wie es geht. Vielen Dank.